Ah, mein Knie. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Was, der Knieschmerzkiller wird gebraucht? Kein Problem. Ich habe zwar meinen Zauberstab vergessen, aber ich habe die richtigen Übungen dabei, wie du deinen Knieschmerz in nur einer Minute los wirst. Hört sich gut an, oder? Also, lass uns loslegen. Hallo liebe Feinde des Knieschmerz. Wenn auch ihr eure Wanderung fit und schmerzfrei genießen möchtet, dann seid ihr hier genau richtig und vor allem, wenn es jetzt gerade schon mitten in der Wanderung ist, denn tatsächlich gibt es eine Symptombehandlung, eine Minute und die Knieschmerzen könnten sich theoretisch komplett in Luft auflösen. Wenn ich das erste Mal, also diese Übungen sind wirklich grandios, man muss dazu sagen, es ist natürlich Symptombehandlung, aber was soll's? Ich meine, du bist gerade Wandern, was wollen wir über eine Ursache sprechen? Geh mal schön weiter wandern, genieß das Ganze mit hoffentlich weniger Schmerzen nach diesen Übungen und dann können wir immer noch über die Ursache reden. Wenn wir über die Ursache von Knieschmerzen reden, dann kannst du dir dieses Video anschauen oder wenn du jetzt früh genug dran bist, dort machen wir nämlich ein Training für starke Knie und auch einen starken Nacken letztendlich, weil auch dort hat man ja immer wieder Probleme beim Wandern, aber du hast ja keine Zeit, oder? Du willst ja weiter wandern, also lass uns direkt loslegen und zu den Füßen runtergehen, denn da wird diese Übung passieren. Ganz, ganz simpel, du hast in den Füßen gewisse Nervenenden, vier an der Zahl, die detektieren die Druckverteilung im Fuß und darüber wird letzten Endes in gewissem Maße reflexartig die Muskelspannung im Bein reguliert und wenn einer dieser Punkte komprimiert ist oder ein anderes Problem hat, zum Beispiel weil du irgendwann mal umgeknickt bist oder was auch immer, dann funktionieren diese Muskelstränge nicht richtig, die sind dann gehemmt und das führt zu Problemen, weil dadurch das ganze Knie nicht richtig stabilisiert wird und diese Punkte kann man recht simpel und einfach mobilisieren und danach ist auch direkt besser in der Regel, wenn das das Problem war, was häufig der Fall ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige dir die Punkte. Also einmal hier an deinem Schienbein entlang nach unten fahren und dann kommst du hier an einen Stopp ran. Hier beginnt das Sprunggelenk und jetzt hast du hier tatsächlich vier Punkte. Der erste Punkt ist hier vorne. Dieser Punkt bestimmt die Hüftbeugung, also alles, was das Bein nach vorne bringt. An Muskulatur meine ich natürlich, wenn du 45 Grad nach innen gehst auf dieser Linie, sind wir bei den Adduktoren, also Beininnenseite. Wenn du von dem mittleren Punkt 45 Grad nach außen gehst, sind wir bei den Abduktoren, also die Beinaußenseite, Po und wenn man unter den Knöchel geht, hier ungefähr, haben wir die Beinrückseite und alles, was wir jetzt tun, ist, wir machen vier kleine Bewegungen mit dem Fuß, die genau diese Punkte mobilisieren. Wir starten genau in der Reihenfolge. Zuerst diesen vorderen Punkt für die Beinvorderseite. So, du streckst den Fuß komplett und legst ihn auf dem Fußrücken ab und gehst so leicht in die Knie. Und jetzt willst du genau diesen Punkt, den ich dir gerade gezeigt habe, mobilisieren. Der ist ja jetzt schon auf Dehnung und jetzt pulsierst du einfach, das heißt, du drückst diesen Punkt nach vorne unten und zwar fünf bis zehn Mal. Es reicht tatsächlich fünf Mal, wenn du das richtig ausführen kannst und dann brauchst du auch wirklich nur eine Minute, wie versprochen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann drehst du die Ferse nach außen. Nur leicht, nicht so viel, sodass du diesen Punkt, der sich 45 Grad außen befindet, triffst und jetzt machst du genau das Gleiche. Du pulsierst eins, zwei, drei, vier, fünf nach vorne außen. Dann, und das ist der schwerste Punkt, nimmst du den Fuß bisschen weiter nach außen und die Ferse nach innen. Bei dem Punkt lohnt es sich, wenn du eine weiche Unterlage hast oder das in einem Schuh machst. Das geht super auch in Schuhen übrigens, vielleicht nicht gerade in Wanderschuhen, aber in Turnschuhen geht es auf jeden Fall. Jetzt willst du den inneren Punkt erwischen, das heißt, jetzt drückst du zum gegenüberliegenden Fuß, eins, zwei, drei, vier, fünf und hast jetzt also schon eins, zwei, drei der Punkte mobilisiert. Und das Dritte, was du machst, jetzt stellst du dich hin, drehst die Füße leicht nach innen, Gewicht muss die ganze Zeit auf den Fersen sein, sonst funktioniert es nicht. Wir machen das rechte Bein, du drehst jetzt das rechte Knie nach außen und von ganz alleine kippt der Fuß nach außen. Und wenn du jetzt auf der Ferse bleibst, dann kannst du hier noch so ein bisschen diesen Druck nach außen verstärken. Jetzt gehst du also fünfmal mit dem Knie nach innen, nach außen und mobilisierst damit diesen Punkt unterhalb vom Knöchel, der ist für die Beinrückseite zuständig. So und damit du das siehst und mir glaubst, dass es nur eine Minute dauert, zeige ich es dir mal in Echtzeit am anderen Fuß. Das heißt so, eins, zwei, drei, vier, fünf. So mache ich das nämlich immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist nämlich meine Standardroutine vor dem Joggen. Und tatsächlich, wenn ich mal irgendwie beim Wandern oder beim Joggen oder wo auch immer das Knie spüre, ziehe ich meine Schuhe aus und mache genau das. Das ist das Beste, was du tun kannst. Auf die Schnelle, wie gesagt, ist eher Symptombehandlung, aber tatsächlich funktioniert es die Muskulatur besser und demnach ist es natürlich schon irgendwo so eine Mischform aus Symptomen und Ursachenbehandlung. Wie auch immer, ein richtiges Krafttraining für deinen nächsten Wanderurlaub findest du hier. Das kam letzte Woche und ich wünsche dir natürlich jetzt eine schmerzfreie und wunderschöne Wanderung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.